So, wir haben heute Morgen so Ewigkeiten Lobbys gesucht, du weißt gar nicht, das war so schrecklich. Was heißt? Wir haben 15 Minuten, also ich glaube 15 Minuten mindestens mal eine Lobby gesucht. Das war ganz schrecklich. Heute früh, oder was? Ja, ja. Ich glaube aber auch, weil mein Account Bronze war. Also ich glaube wirklich, ich glaube wirklich auch in das Spiel nicht so viele Leute rankt, ja. Weil das Spiel halt dead ist. Ich hab aber im Kopf, dass halt so, also ein paar haben reingeschrieben, dass John jetzt so schneller Lobbys gefunden haben. Ich glaube Bronze ist richtig schlimm irgendwie Lobbys zu finden. Kann auch sein, ja. Ja, also der Großteil der halt, das zockt, sind halt schon so die Suchtis, ne? Naja. Digger, Chris, Peterfeld 666 ist richtig verliebt. Fett, zwei Saarländer rasieren die Warson Lobbys, dicke Sympathie Drops an Kaisar und dir. Saarland ist das schönste Bundesland der Welt. Oha, Digger. Digger, selbst ich feier Saarland nicht. Komplett hässlich. Ist das korrekt? Oha. Hä? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Da ist was gelandet. Der Loot ist manchmal so komisch, ne? Ja. Was hast du für ein Mikrofon, Chris, auf deinem Setup gerade? Einfach so ein Rode oder so. Ja, ja. Hab ich schon gedacht. Das hat sich bei mir genauso an. Hast du den Pegel schon erhöht? Also in Geräte-Manager? Ja. Okay. Also gestern hab ich gezockt, da haben die Jungs und Mädels sich nicht beschwert. Kann mal sein, dass ihr einfach ein bisschen picky seid, ihr zwei. Ja, weiß ich nicht. Ich hab nichts gesagt. Phil ist picky, der Hund. Haben wir mit Recht auch. Ich hab ja einen gewissen Qualitätsanspruch. Das stimmt aber. Phil hat ja auch mehr Szenen in seinem OBS, als ich in 15 Jahren Streaming-Karriere je haben werde. Woher weißt du das eigentlich? Ja, weil ich mir das denken kann, Digga. Weil, keine Ahnung. Ja, okay. Vielleicht hat Ballas auch sowas angemerkt. Ah, gut. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hasse es nicht. Ballas beschwert sich jedes Mal. Ich war nicht Tankstelle. Und dann komm, lass den pushen zum Shop runter. Ja. Feuerfenster? Ja, er nimmt, er nimmt. Er hat aufgemacht einfach, hä? Einer ist hier drin. Einer ist hier drin. Die pushen, die pushen. Schieß ihn an, King Phil. Hier. Einer ist hier noch drin. Schieß ihn auch an, King Phil. Hinter mir. Hinter mir. Direkt on mir. One shot, one shot. Hab ihn an mir. Nice. Tag, Phil. Digga, ich hab mir so die 15 Punkte mitgenommen gerade. Jeben hab ich mir eine Kupel reingedrückt. Aber ich auch, ich auch. Ich hab jeden einen angeschossen. Mit Herz. Mit Herz. Hat geschmeckt. Bullshit Ass Game. Ja, brauchen noch 6000. Wie ist das eigentlich, ähm, Hattest du in Warsons 2 schon Shadowban, Chris? Naja. Ich wollte gerade sagen, jetzt deswegen spielst du, ne? Mit dem Account. Jaja. Doch, ich hatte auch mal einen. Aber der war irgendwie nach zwei Tagen oder so weg. Ja, okay, okay. Ich hab jetzt Nedim geschrieben. Schauen. Ja, das ist halt, das ganze System ist halt. Wo sollen wir jetzt eigentlich noch Geld looten? Das ist ja auch ein bisschen kacke, ne? Wir können die oberen Häuser hier vielleicht nehmen. Wir können auf andere Seite von... Oder andere Seite. Können wir auch machen. Ja, ja, weil dann sind wir näher am Shop. Ich hab grad so... Ja, äh, Ding. Hydro wird geschossen. Wo wir waren. Ungefähr. Lass da hin. Ich guck mal, wo die sind. Die Boys. Nicht gut. Ich seh auch noch nichts. Ich seh auch noch nichts. Ähm. Also es wurde hier wieder gekauft, Jungs. Lass hin. Ja, okay. Komm. Und wo wir gelandet sind, waren auch noch welche. Ich stand auf dem Dach vom Shop. Alrighty. Hab ich wohl gesniped? Da ist einer zum Shop. Einer mit dem Shop direkt unter dir jetzt. Ja. Mörserschlag. Hab ihn. Schieß ihn einmal an, Boys. Kann nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Mörser Schlag. Ich hab aufgehört zu schießen. Oh mein Gott. Hier ist noch einer. Kann den anschießen. Ja, ich komme. Wie oft sterben wir eigentlich? Weil wir so auf Krampf Leute anschießen dann. Ja, ja schon. Nur deswegen. Ich verhöre ihn auch nochmal. Mhm. Wie oft sterben wir, weil wir verhören. Wir holen das Maximum raus. Wirklich alles rausgeholt. Und ein Finisher noch. Und ein Finisher. Der andere ist noch gleich da hinten, ne? Oder ist hier oben? Ja, komm. Komm, lass ihn pushen. Der war nicht in der Luft. Der ist hier unten. Irgendwie komisch, oder? Schönen Jungs. Schau, boys. Immer noch nicht in okay, oder? Wir können genau. Doch, wir können. Wir haben genug. Ja, wir können. Ja, wir können. Ja, wir können. Und hier ist noch ein Shop, ein Mobile. Meinstens. Chris. Den Shop nenne ich mit. Ja, ja, ja. Hier. Ich bin auch jetzt mit einem anderen Monitor. Das ist alles so krampf hier. Also ich bin ein bisschen lost manchmal. Wie lange bleibst du in Germany? Also bis Montag. Wahrscheinlich erstmal. Je nachdem, was der Arzt Mittwoch sagt. Hm. Drücke Daumen. Daumen sind gedrückt. Danke Jungs. Sollen wir Ballon einfach nehmen? Und dann gucken. Lass Ballon. Lass Ballon. Wurde auf jeden Fall von hinten. Die haben gesnipet, glaube ich. Von da, wo wir eigentlich waren. Und wo wir gelandet sind, haben da auch gerade welche geschossen, als wir Ballon genommen haben. Ja genau, ich glaube das waren die. Die gesnipet haben auch. Ich glaube nicht. Ich glaube von wo wir gerade waren jetzt. Von der anderen Seite. Okay. Dann keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich glaube aber von dort kann ich schießen. Wollen wir schon rechts zu dem Ballon oder? Ja ja genau. Ja ja. Ja die schießen hier. Lass mal dahin, wo wir gelandet sind. Da schießen die. Also kein Ballon? Ich push nicht. Ne, ne, ne. Kein Ballon. Ich spiel safe kurz. Ich bleib oben. Ich push nichts. Die sind hier bei mir im Haus drin. Ich warte kurz. Yes sir. Direkt vor dir oder was? Und da? Ja ja. Vor mir habe ich gehört. Hier ist einer drin. Ich rücke hier. Da. One shot knock. In dem Haus dort. Und hier ist einer drin. Safe call. Der ist unter mir. Unter mir. Ey. Minimini. Noch einer. Noch einer hoch. Nice. Let's go. Schön, 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 schön. Roms. Bitte nicht sterben. Ich bin in eine Cluster-Mine gelaufen. So. Bro, this game. What can you do? Feindliche Drohle aktiv. Feindliche Drohle aktiv. Feindliche Drohle aktiv. Also ne, ich will ja nicht hier den Dings, aber wie, also wie kann es eigentlich sein, dass in einem Rankmodus so Sachen wie S-Mine und Claymore überhaupt verlaufen? Ja, ich werde angesnipet. Von da. Dort. Du kannst den noch looten oben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du den looten hast, den ich gefinished habe. Vorladung. Er hat einen Hit. One shot. Hat einer AR-Munition? Ich habe ja nichts. Nein. Nee, ich kann den geben. Ich kann den erst mal geben. Hier, komm mal her. Jo. Ich habe hier, ja. Brauchst du noch mehr? M-m. Oder hast du genug jetzt? Verbündete Drohne mal. Nein. Das sind aber safe. Ich denke nicht, dass er allein ist. Ja, ja. Ich hoffe, jetzt wird mehr, ja. Ist der auf dem Dach gewesen oder im Fels? Ja, auf dem Dach. Ich war gerade immer auf dem Dach. Ich müsste einen Hitmarker kriegen. Sheetbreak. Er ist immer noch oben. Ja, ja. Mach einfach hier. Mach Ballladung. Oh nein, ich habe die Ballladung so schlecht geschissen. Er ist tot, oder? Ich habe ihn noch. Ja, ja. Knock, knock, knock. Schön. Ich habe ihn angeschossen. Komm hoch, komm hoch. Bevor er sich saft. Nee, mach fertig, mach fertig. Ich werde abgewandert von oben. Die beamen komplett. Wow, 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 wow. Jungs, wer seid ihr denn? Hast du das safe genommen? Passt. Hier sind oben. Die sind oben. Auf dem Berg. Dann lass jetzt so einen Balloon. Er ist da. Ja, komm. Oder außer die pushen in uns jetzt. Wenn die rüberfliegen. Ja, der ist Sheetbreak. Der macht nichts mehr. Erstmal der eine von denen. Nimm Bounty noch an. Ja, ja. Top 40, babe. Oh, ich habe einen SR Plus jetzt gerade. Nice, let's go. Man, ZGG. Chill, 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 chill. Von mir. Rechts. Ja, Sheetbreak, Sheetbreak. Knock. Bomb Drohne, Achtung. Bomb Drohne, Bomb Drohne. Haben wir ihn gefinished? Nice. Ich glaube mal, die Bomb Drohne kam aus dem Haus hier vor mir, oder? Ich auch. Die kam auf jeden Fall von mir. Ich habe eine Bomb Drohne und einen Airstrike. Zwei Bedrohungen. Hinten wurde geshoppt. Zweimal sogar. Weil es hätte so alleine umgelaufen ist. Wollen wir Richtung Ballon jetzt hin. Wollen wir Richtung Ballon, ja. Ja, ja, ja. Hast noch eine Drohne, Bomb Drohne. Noch eine Bomb Drohne. Beide One Shot. Ja. Und es wird noch angeguckt. Von dort, von dort. Mhm. That's weak. Gut weak, gut weak, sehr gut weak. Wir sind jetzt komplett am Krachen. Hinter uns sind auch noch Teams, Bounty und so. Pass auf. Dreier Ding, lass rein, lass rein ins Haus. Dreier Ding. Nicht, dass sie hinter uns sind oder so. Wie geil wäre noch eine Bomb Drohne? Ich habe auch eine. Ich bin jetzt hier oben auf dem Dach. Ich habe ja keinen Cell. Ich sehe einen dort. Der hat gemerkt. Eigentlich würde ich das Haus da gerne pushen, ja. Ja, dann warte kurz auf den ersten. Ja, okay, Chris ist rüber. Komm, dann lass rüber. Lass rüber. Ich airstrike. Geht hoch, geht hoch aufs Dach. Geht hoch aufs Dach. Geht hoch aufs Dach. Aber jetzt ist keiner mehr drin, actually. Ja, Richtung Job, maybe. Ich habe was gehört, glaube ich. Willst du gleich mal Bomb Drohne nutzen für Inter? Ja. Ja, mach mal an, mach mal an. Ich mache, ich mache jetzt. Dort, bei Brücke, bei Brücke einer. Mach mal die Tür auf. Ich sehe nichts, ihr müsst die Tür aufmachen. Komm raus. Ja, ich sehe ihn, er kommt. Ist er weak? Nee, nee, gar nicht. Wir müssen einmal treffen. Einmal treffen. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Schieß weiter, schieß weiter, schieß weiter. Erst noch, erst noch vom Ballladung. Hast du deine teammates gesehen? Nein, die habe ich nicht gesehen leider. Dann sind die anderen mit Ballon gedodget. Dann hast du mir das mit Ballon auch drauf gebaut, oder? Hi, Fakus. Ja, ja. Ich hole noch vorne eine Drohne eben. Hol noch so einer Self-Revive. Mach ich. Ja, ja. Christy, hol dir du dir Self. Ja. Wir haben noch alle Gulag, oder? Ja, ja. Ich mache Drohne an. Dann hast du jetzt kommen. Wir haben sogar noch eine Drohne, aber egal. Lass fliegen. Lass fliegen. Wir haben ja dort eine Drohne, die wir kaufen können. Ähm, zwei da. Ich land auf dem linken. Ja, ich land auf dem rechten. Vielleicht einer direkt hier auf dem Shop-Haus. Hab den. Ich weiß es nicht. Kannst du einen anschießen hier? Ja, das war echt geklaut. Es tut mir sehr leid, Phil. Alles gut. Nur zu eins. Einer ist unter dir, Chris. Ich push runter. Komm mit. Komm mit. Ich habe hier noch einen Org. Kannst du nicht einen anschießen? Das ist das Bounty. Ihr könnt anschießen. Ja, ich kill ihn einfach. Ich komme da gerade nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich smoke den Shop. Mugas, komm mit. Ich smoke den Shop. Oder du kannst die Drohne direkt anmachen. Ja, ja. Ich kaufe. Hier war noch einer. Ich weiß noch nicht, wo der hin ist. Verbündete Drohne online. Lass es noch mal dort hin. Dann können wir einen Ballon nehmen. Wie ist die Zone? Wir sind eigentlich gut in der Zone. Wir haben keinen Zonen-Stress. Heute Zwerer. Wo wir gelandet sind, ist einer gerade. Warte. Der Mann ist mit dem Auto weg. Ja, dann lass da hin, wo wir gelandet sind. Wir können ja trotzdem noch mal eine Drohne holen. Ja, hier. Drohne, ja. Das hat das Game wirklich noch mal krank verwässert von Pace mit den Drohnen. Also das ist schon heftig. Safe, safe, safe. Es fühlt sich sehr gut an zu wissen, wir können die ganze Drohne kaufen. Einfach mal Informationen über Gegner. Wie geil ist das denn? Die Drohne? Kommt die raus? Ja, gedauert. Soll ich das kurz gucken, ob wir ihn sehen? War ja nur einer, oder? Ja, ich seh ihn am Shop. Direkt am Shop. Direkt am Shop. Er geht in das weiße Haus hier. Hier sind mehrere. Hier sind mehrere. Mhm. Soll ich Drohne benutzen? Ach, scheiße. Sorry, Mugas. Ja, nur einer. Noch nur einer. Jetzt nur noch Redeploy-Balloon. Also dass man den mitnehmen kann quasi. Das wäre richtig geil. Dass sie nicht die ganze Zeit wegspawnen. Das wäre nicht... Und das wäre auch geil. Und das wäre auch geil. Ich gehe mal kurz an Drop für meinen Geist. Aber ich darf nicht vergessen Geist als Perk. Ich gehe nicht an Drop, weil der ist ja eigentlich noch gut in der Zoo. Dann können wir vielleicht nochmal ran. Und wer Gulag gehen soll. Und Drop? Ja, ja. Ja. Ich habe eh meine Perks. Da wird was eingenommen? Ja. Dort? In dem Haus? Ich mache mal Drohne an. Und dann werden wir in die Richtung fliegen. Wollt ihr noch kurz warten? Also nicht hin pushen, weil ich brauche noch kurz... Wir pushen zwei Sekunden. Ich gucke nur erstmal wegen Drohne. Ja, ja. Bleibt in der Luft. Und das ist jetzt einfach schon. Hier. Hier auf dem... Auch da drunter, ne? Siehst du da drunter? Oh mein Gott. Anderes Team neben mir. Oh mein Gott. Die sind ghosted. Wo sind die? Markier, markier. Damit ich weiß, wo die sind. Ich land dann da. Hier ist ein Team. Okay. Wie viele sind da auf dem Dach? Weiß ich nicht. Zwei oder drei. Die sind da... Ja, ich sehe sie. Und da oben bei der Krone ist auch noch ein Team. Einer hat direkt in deine Richtung, Chris. Du kannst ihn, du kannst ihn... Er ist hier, glaube ich. Wo? Die sind unter uns. Unter uns. Genau unter uns. Schmeißen Ballladungen unter Ende. Ich glaube, die machen den Glitch actually. Was passiert jetzt mit der Ballladung? Was passiert hier? Ja, ja. Die glitschen halt. Wo sind die? Keine Ahnung. Er müsste genau unter uns sein. Auf jeden Fall. Geist. Die schmeißen die die ganze Zeit, ne? Ja, ja. Wie gesagt, die glitschen halt. Aber die bewegen sich einfach nicht. Ich höre gar nichts. Ihr könnt von unten hoch. Ich bin die ganze Zeit oben. Schau, bis nur einer rauskommt. Da. Da, da, da. Knock. Ich gehe ein bisschen closer für den Finish. Weil der wird self haben. Aber die sind hier über mir, ja? Hab ihn. Kannst du anschließen. Der liegt hier. Kurz vor Finish. Habe Finish. Habe Finish. Er ist jetzt bei mir. Er ist in der, in der Ding drin. Oder er könnte jetzt auch gedodget sein. Er ist One-Shot im Wasser. Wo? Hier. Er ist hier irgendwo. Ich glaube, Aim-Assist ist auf ihn. Ist immer noch da. Er muss jetzt gleich auftauchen. Er smoked wieder. Anschüsse. Hast du die Platten genommen von dem Typen, Chris? Er kann, er muss eigentlich nur rechts an. Links sehe ich, wenn er eigentlich ist. Okay. Rechts hast du gesagt, siehst du, ne? Ich schau nach links. Ich werde erst weg. Das ist so schlecht mit dem Wasser. Das ist wirklich krass, ja. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da, 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 da. Genau unter dir. Er will jetzt hochkommen. Die fighten hinter uns übrigens noch. Die fighten übrigens hinter uns noch. Hinter uns noch. Hinter uns noch. Verhör ihn mal ab. Wenn du kannst. Was? Ich kann nicht. Kann man nicht im Wasser halten. Ja, im Wasser stimmt. Das ist not working. Ich habe den nicht mehr gesehen. Die haben sich immer in den Shop gezogen. Okay. Kann man das so filmen, Chris? Ja, ich komme. Ja. Genau dahinter. Können wir Drohne kaufen. Packet Burst. Nice. Hier kommt ein ganzes Team runter gemoved. Lass sie hoch, Chris. Lass sie hoch. Ich gehe hier aufs Dach hoch. Bei drei. Lass sie hoch. Er schügt die hier hin. Hier ist ein neues Team. Hier auf dem Dach. Auf dem Dach ist ein anderes Team. Zwei Leute mindestens. Ja, ich sehe es. Er ist runter gesprungen. Ich glaube einer ist unter mir eigentlich für die. Da sind zwei Minen hier unten. Die sind hier im Haus. Also in meinem Haus auf jeden Fall einer. Ich bin safe. Ich mache safe. Ja. Ich gucke mal, ob jemand dich pusht. Phil, was war mit denen hier in dem Haus, was ich markiert habe? Das ist blaue. Ja. Da ist einer. Die rotieren gerade zu Chris. Ich glaube die pushen Chris. Ich komme rüber. Ja, ich komme. Ich smoke dich. Ich smoke dich. Meine Smoke. Stark. Ich weiß nicht, ob die unter mir sind oder auf dem benachbarten Haus. Ich werde von dem Haus, wo ich gerade eben drauf war. Ja, die sind neben dir. Einer knockt, einer knockt, einer knockt. Du kannst rüber. Er ist auf mich fokussiert. Stark, stark. Schön, 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 schön. Der letzte war unter mir vom Team. Der letzte war unter mir. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht gehört. Ja, ja. Er ist noch nicht sehen. Er ist hier in dem Gebäude irgendwie. Ja, ich habe ihm einen Hitmarker gegeben. Komm, 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 komm. Ich habe euer Tor. Er ist, glaube ich. Er ist hier, hier, hier drin. Ich habe seine Fußspuren gesehen. Hier drin, hier drin. Nee. Oder da durchgelaufen. Er ist wieder draußen. Jetzt hier rein, hier rein. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Kann ich drauf schießen? Warte, warte, lass dich drauf schießen. Ja, ja, ja. Schieß, schieß. Ich fass es nicht wirklich. Das ist nicht zu fassen. Du musst auch mal ehrlich sagen. Ich bin ja gerade. Im Deutschen, weißt du, was ich gerade für einen Ping habe? Ich habe ja sonst immer acht. Ich weiß, was ich für einen Ping habe. Acht. Acht. Ich habe auch einen neuen. Habt ihr Platten für mich? Äääh. Kauft Drohne, Chris? Chris, Chris, kommt Drohne. Zwei Stück. Das ist natürlich tricky, Phil. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist ein bisschen tricky, ja. Mach Drohne auch direkt an und kauf Plattenbox. Ja, ja. Plattenbox, ja? Ja, ja, Plattenbox. Ja, ja. Nice. Schön. Äh, ja, sollen wir den Ballon einfach direkt hier vorne nehmen? Ja, oder? Ja, 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 ja. Äh, der könnte weggehen. Ich glaube, der geht weg. Ja, kann gut sein. Schaffen wir noch, oder? Ja, aber der geht kurz bevor die Zone close, verpisst er sich immer. Schaffen wir noch, sag ich. Äh, was wollen wir pushen? Lass den hier pushen. Ich hatte auf dem Dach. Können mehrere sein. Ich, äh, er schmeißt direkt Minen. Links, 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 hier ist einer. Ja, hier oben drauf, hier oben drauf. Äh, kommst du dir? Auf dem Dach, Dad. Nice. Auf dem anderen Dach auch. One-Shot. Hast du knocked? Nein, nein, nein. Er ist knocked, jetzt, jetzt. Ich finish ihn. Und auf dem Haus, wo ich war. Geh auf Chris, geh auf Chris, geh auf Chris. Äh, äh. Rebuy? Auf dem Haus hier. Stark, danke. Push der? Nee, nee. Alles gut. Mh, Kayser, äh. Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist draußen. Oh mein Gott. Hast du ihn? Soll ich self holen oder Drohne? Ja, ich hol dann self. Habe ihn? Full self, full self, full self. Ja. Können wir noch eine Drohne holen. Ich hab jetzt auch self, ich hab von ihm aufgehoben. Und er ist bomb ohne. Ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du ihn kaufen? Er ist weak, er ist weak. Ich kann nicht kaufen. Ja, ich hab gesmalkt. Also ihr müsst halt smocken. Nice. Du kannst beim Drop landen, Kingfield. Wir sind da im Haus. Kannst du dich markieren. Also du bist auch in der Zone. Der Drop ist halt sehr, also der Drop ist halt übel open. Ja, aber land erstmal dann hier safe kurz. Ich kann zum Drop mitkommen. Kannst du mir Platten geben, Kingfield? Äh, Chris? Ja, ich bin da gerade oben. Ich versuch die kurz zu holen. Ja, warte mal kurz. Ich hab meinen Loadout, alles gut. Ich hab Platten, alles gut. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Ich hol sie vom anderen Haus. Ich seh, wenn sie hier rauskommen. Der hat Tür auch gemacht. Ja. Einer ist am Balkon, Balkon. Chris, der ist runter. Er ist komplett one shot. Er ist komplett one shot. Er ist komplett one shot. Ich geh aufs blaue Haus hier. Die Smoken. Komm, einer mit mir zu. Einer ist, einer ist gegangen. Er hat Hits. Einer ist hinten auch. Ja, ja. Ich seh. Oney, 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 oney. Einer ist hier. Einer ist hier. Einer ist hier. Der andere ist one shot. Kommt noch einer aus der Zone? Ist davor, ist davor. Ich hab nur zwei Moven sehen. Ja, ich auch nur zwei. Wo sind die? Wir sind in der Zone hier. Lass hier auf das Haus. Lass hier auf das Haus hoch. Wie weit sind die aber schon? Der war schon hier um die Ecke. Also schon vor 15 Sekunden. Also er wird schon weg sein. Hier, hinter euch, hinter euch. Einer unten rein. Er hat hier unten, unten, unten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er war alleine. Einer am Fenster, am Fenster bei mir. Er ist AFK. Kannst du mir nochmal Platten geben? Er ist AFK. Ihr könnt... Okay, er ist rausgeflogen. Hier ist einmal Platte. Bombendrohne, glaub ich, oder? Ja, hier. Bombendrohne. Bombendrohne, ja. Bombendrohne. Hier ist ne Plattenbox. Oh, nice. Die ist big. Schön. Ich hab noch eine. Nice. Unter uns, unter uns, unter uns, unter uns. Ich hab gehört. Mhm. Unter uns, 100%. Boah, Ladung. Ich seh gar nichts. Wir sind eigentlich safe oben. Lasst einfach mal chillen, oder? So. Ja, lass chillen. Wir können ansonsten unter... Ja, ich seh's. Ich hab unten, ich bleib unten, ja. Ich bleib unten. Ich hab äh... Ne, weiß ich nicht. Bro, keiner wird hier checken. Die sind neben uns auf jeden Fall. Meeren, ja. Ich guck jetzt nur auf das eine Fenster. Das rechteste, ja, ne? Ja. Ja. Das rechteste? Gibt's das wo auch? Das rechteste? Hey, 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 hey. Kein Grund jetzt hier... ...mich zu mobben. Das ist ein mobiler Shop über uns, ne? Also wenn wir Rebuy brauchen... Ähm, Chris, nimm mal das Geld von mir und von Phil ein bisschen. Ja. Hier. Hab gejobbt. Direkt neben mir ist immer noch einer im Fenster. Einer ist grün gewesen, hier. Das ist halt ein ganzes Team neben uns noch, ne? Äh, gib mir mal 500. Ich kaufe mir eine goldene Gasmaske. Gib mal 500, Chris. Ich hab einen downed, ich hab einen downed. Ich hab goldene Gasmaske. Ich hab zwei Kills bekommen. Stark, 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 stark. Wollt ihr euch eine goldene Gasmaske am Shop kaufen? Äh... Ja, ich hab schon eine. Nee, alles gut. Ich komm jetzt nicht hoch, glaub ich. Haben wir noch irgendwas an Streaks oder so? Nee, da oben aufm Dach, aufm Dach, aufm Dach, aufm Dach. Da können wir ja spielen, theoretisch die Kante. Sind dann halt im Lowground, aber oben wird's halt jetzt krachen, ne? Da sind richtig viele. Ich rotier mal ein bisschen vor, Jungs. Mhm. Ich auch. Smoke nochmal. Boah, ich sehen sehr viele, es werden hier welche unten sein. Pass auf, Chris, ich komm mit dir. Ja, ich weiß. Es werden safe welche hier sein. Guck mal, die sind da, die werden... Ja, ja, die fighten, die fighten vor uns, hier irgendwo. Aber ich seh keinen. Er liegt da, er liegt da, er liegt da, er liegt da hinter dem Bauern. Hier unten ist keiner mehr, ich glaub, unten ist keiner mehr. Oben ist noch ein Heli auch in der Luft. Ich hab auch auf mich gestreakt, ich vollidiot. Wir können von rechts moven, wir können von rechts moven. Er ist knocked, noch einer knocked. Hier ist einer links von mir, genau, von mir, hier oben. Die fighten noch hier oben. Die fighten noch hier oben. Komplett one shot. Einer one, ja. One, one, one. Ich hab auch noch mal ne Plattenbox. Richtig. Einer ist im Haus hier drin. Einer ist im Haus drin bei mir. Okay, okay. Einer ist da oben. Ich hab noch einen. Hier ist auch noch einer. Einfach ist auch noch ein Heli in der Luft. Hinter uns, ja, hinter uns. Ja, ich seh's. Da fighten noch mehrere. Der rennt raus. Nice, 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 schön. Hier oben, hier oben. Über euch, über euch. Also über die jetzt, Chris, wenn du reingehst. Oben, 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 oben. Ich komm mit. Claymore, Claymore, ich seh's, ja. Er ist hier rausgesprungen, er ist hier rausgesprungen. Er ist oney. Nice. Ganz stark. Einer geschossen hat aus der Zone, habt ihr ihn? Einer noch. Einer noch. Einer noch. Drei gegen eins. Let's go, let's go. Wir müssen lasern. Lass auf ihn schießen. Für keine AR-Munition mehr. Kann mir einer an Stack jobben? Ja, hier. Komm her. Schön. Abhaltig. Ja. Seit wann geht das wieder mit dem Heli-Digger? Das ist, wieso? Also das geht ja schon immer. Das ist ja ein normaler Heli, ist ja kein Chopper. Der Heli ist aber auch irgendwie, der ist fast auf dem Mond. Warum kann der so hoch fliegen? Ist so krank. GG. Oh mein Gott. Was denn? Ich weiß gerade, dass ich eine Nachricht bekommen habe auf Insta. Ne. Auf Insta hast du, ne auf Twitter hast du 10k reich, gesunde Selbstbewusstsein. Ich muss sagen, du bist ein sehr sympathischer Dude. Hast gut aufgold zu Stylers, in Klammern, der ständig ohne Internet zu streamen versucht und einen Wasserfall im Streamingzimmer hat. Zu Floyd, der kann mehr als Phil, aber wirklich lost ist. Und Phil treibt für RS Noten. Das ist korrekt. Was ist das für eine ADHS Nachricht? Aber korrekt. Nein. Aber... Also... Vor 1 habe ich gesagt, dass Floyd mehr kann. Aber... Also... 100% du. Nein im Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir. Langsach. Das sind die Untertitelung des ZDF, 2020